Es war einmal im Winter in Bremen. Auf einer Straße waren ein gelbes Kaninchen und ein grösseres Tier. Hey, das ist mein Keks. Gib mir zurück. Ah, okay. Geh bitte weg. Nein, es ist mein Keks, sagte Olaf, ein Freund von Elsa. Dann ist er weggelaufen. Das große Tier war sehr traurig. Elsa hat ihn gesehen. Sie war wutend. Oha, Olaf und das gelbe Kaninchen gingen zusammen. Sie wollten den Keks zusammen essen. Stopp, sagte Elsa. Ihr dürft es nicht essen. Ihr müsst es zurückgeben. Daraufhin hat Elsa den Keks zurück für das große Tier gegeben. Er war sehr glücklich. Es tut uns leid, sagten Olaf und das Kaninchen. Es war ein wunderschöner Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017